Was ist für uns Menschen am Arbeitsplatz wichtig? Einerseits wollen wir viel Geld verdienen und das möglichst sicher, andererseits aber auch einer T-Ticket nachgehen, die Menschen nachweislich hilft und Sinn ergibt. Lob und Anerkennung darf aber nicht zu kurz kommen. In der Green Finance werden genau diese Werte groß geschrieben. Dies führte auch zur Gründung des Dream Car Programms. Mittlerweile wird das bereits von über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt und es werden wöchentlich mehr. Ich habe Mercedes immer schon geliebt. Das Dream Car Programm der Green Finance hat mir meinen Wunsch erfüllt. Neben Mercedes-Benz sind auch BMW, Tesla und Maserati Fuhrparkpartner der Green Finance. Was ist dein Traumauto? Solltest du es noch nicht fahren, dann komm zu Green Finance. Wie kommen Sie nun zu Ihrem Traumwagen? Ganz einfach. Sie besuchen die Webseite des Autoherstellers und konfigurieren das Auto nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Danach schaffen wir den Wagen für Sie an und übergeben Ihnen diesen in einem feierlichen Rahmen. Ob Sie die 20 Prozent Anzahlung nun bar erlegen oder sich über das Provisionskonto der Green Finance ansparen, entscheiden alleine Sie. Durch meine Green Finance-Minterlassungen in Wien, Oberösterreich, der Steiermark und in Tirol bin ich ständig unterwegs. Deshalb habe ich mir gleich zwei Autos verwirklicht. Einen 7er BMW für lange Fahrten und einen BMW i8 für Kurzstrecken. Wie das geht? Ganz einfach. Durch permanentes Schaffen von langfristigen Kundenbeziehungen. Zum Vorteil aller Beteiligten. Und du kannst das auch. Bei Green Finance wird Fleiß wahrlich belohnt. Also, hol auch du dir dein Trauma-Auto. Und so funktioniert das Dreamcar-Programm. Für jeden Euro Provision aus einem Green Finance Premium-Produkt bekommen Sie einen Euro on top für Ihr Autoprogramm gut gebucht. Wenn Sie sich also zum Beispiel für ein Auto mit einem Kaufpreis in Höhe von 50.000 Euro entscheiden, brauchen Sie lediglich 10.000 Euro Provision zu verdienen. Und bekommen zusätzlich 10.000 Euro als Anzahlung auf Ihr Dreamcar-Konto gut gebucht. Für die 20-prozentige Anzahlung brauchen Sie also kein eigenes Geld in die Hand zu nehmen. Als Gründungsdirektor der Green Finance habe ich das Privileg, sehr gut zu verdienen. Ich bin aber viel unterwegs und bevorzuge deshalb die Bequemlichkeit und Sicherheit einer Limousine. Da Autofahren aber auch Spaß machen muss, habe ich mich für den BMW i8 entschieden. Ein echt tolles Auto. Es gab ja nach oben hin kein Preislimit, daher konnte ich aus den Vollen schöpfen. Die Green Finance ist die beste Berufsentscheidung meines Lebens und das Dreamcar-Autoprogramm ist die Chance zu Deinem Traumauto. Hier ein Rechenbeispiel. Sollte Ihr Traumauto monatlich 1.000 Euro kosten, brauchen Sie lediglich nur 1.000 Euro an Provision. Und Sie erhalten zusätzlich zu Ihrer Erfolgsprovision 1.000 Euro auf Ihr Dreamcar-Konto gut gebucht. Somit kostet das Auto einfach gar nichts. Ob Sie am Ende der Laufzeit das Auto nun mit dem garantierten Restwert privat übernehmen oder sich einfach ein neues Traumauto bestellen, obliegt ganz allein Ihnen. Ein Auto ist für mich Mittel zum Zweck, ein Fortbewegungsmittel. Durch meine positiven Leistungsergebnisse konnte ich das Angebot des Green Finance Dreamcar-Programm nutzen und ich habe mich für ein elegante Stadtauto entschieden. Denn welchen Autotraum man sich verwirklicht, bestimmst Du nämlich selbst. Entweder Du finanzierst die 20% Anzahlung des Kaufpreises selber oder lässt die Firma für Dich zahlen, wenn man natürlich dementsprechende Erfolge vorweisen kann. Ich habe mich für Zweiteres entschieden und habe somit nicht einen Cent für mein Traumauto bezahlt. Das Dreamcar-Programm der Green Finance bietet einen wahren Mehrwert für verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Optimalerweise haben Sie also keine Kosten für die Anzahlung und sogar die laufenden Wartungs- und Servicekosten werden von uns übernommen. Der Treibstoff, der verbleibt bei Ihnen. Kennen Sie sonst ein Unternehmen, das ein Dreamcar-Programm wie dieses bietet? Durchschnittsmenschen fahren Durchschnittsautos. Ich wollte nie ein Durchschnittsmensch sein und wollte schon immer einen Wagen von einem anderen Stern. Und da gibt es nur einen, den Mercedes-Stern. AMG GTS 510 PS, pures Adrenalin auf vier Rädern. Meine Verkaufserfolge ermöglichen mir ein finanziell freies Leben und ein außergewöhnliches Fahrvergnügen. Glaub mir, kein Traum ist unerreichbar, wenn Deine Umsätze außergewöhnlich sind. Wenn auch Du kein Durchschnittsmensch sein möchtest, dann arbeite überdurchschnittlich und mache Unmögliches möglich. Weil Du es Dir wert bist. Leider geil, oder? Also holen auch Sie sich Ihr Traumauto. Mit dem Green Finance Dreamcar-Programm haben Sie auch die notwendige Unterstützung dafür. Sie haben es in der Hand. Tun Sie es! Ich bin der Hand. Tun Sie es! Ich bin der Hand. Tun Sie es! Ich bin der Hand. Tun Sie es!